Servus, grüßt euch. Heute geht es darum, eine 6-Kilowatt-Peak-Anlage mit 15 Modulen auf dem Dach zu installieren. Die Unterkonstruktion musste aufgrund der Höhenlage entsprechend schneesicher ausgestaltet sein mit Schneelastzone 3 und ergänzt werden die 15 Module vom Typ Trina Vertex S mit 400 Watt Peak durch einen Postal Planticore Plus 7.0, der 7 Kilowatt AC Leistung hat. Die Unterkonstruktion ist komplett aus Aluminium und wir werden hier auch Modultragestützen verwenden, um die Harzerpfanne, die hier verbaut ist, entsprechend zu ersetzen. Hier noch einmal das Dach im vorherigen Zustand, das heißt ohne die Solaranlage, die komplett in Richtung Süden ausgerichtet wird. Und die neu gebaute Terrasse, ich verlinke euch das Video entsprechend, diente als Ablageort für die Trina Vertex Module bzw. für die Aluschienen. Hier sieht man sehr gut die Modultragstütze vom Typ Harzerpfanne Big. Das sind genau die Pfannen, die entsprechend oben verbaut worden sind. Unter die Modultragestütze kommen diese Aluminium-Klemmschienen, die ihr links seht, um die Stabilität entsprechend zu erhöhen. Im ersten Schritt ging es darum, die entsprechenden Pfannen zu identifizieren, oberhalb derer sozusagen die oder entsprechenden Modultragstützen eingebaut werden. Dazu haben wir die jeweilige Pfanne entfernt und dann die Modultragstütze inklusive der Stützschiene entsprechend eingesetzt. Hier sieht man sehr gut die Modultragstützen für die Harzerpfanne Big in montierter Form. Im nächsten Schritt kommen jetzt die Aluschienen entsprechend aufs Dach. Dadurch, dass die Module in einer horizontalen Ebene aufgebracht werden müssen, haben wir die Tragschienen entsprechend senkrecht ausgerichtet. Hier kann man die Tragschienen für die entsprechenden Module sehr gut sehen. Sie sind in Längsrichtung entsprechend installiert auf der entsprechenden Unterkonstruktion mit der gleichen Schrauben, damit sie sich dort nicht bewegen können. Die Schrauben sieht man auch in der Schiene selbst. Und im darauf folgenden Schritt geht es um die Montage der Solarmodule, der PV-Module des entsprechenden Ansteckens. Und in einem weiteren Video werden wir uns dann anschauen, wie der Anschluss des Costal Plentycore 7 entsprechend erfolgt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.